Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich hab doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Aber du warst dort. Mein Name ist Peter Müller. Kommandant des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. Jeder Vaterland-Verteidiger wird erwartet, dass er sein Leben opfert und bis zur letzten Kugel kämpft. Wir werden unsere Städte von den Eindringlingen befreien und den Feind vernichten, schlagen. Auf den Mann! Es ist doch sowieso bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können Sie es eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Und stellt ihr eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streunder, und? Er ist noch ein Kind. Dann hast du mir bestimmt die Parteieninie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Vertraue ihm zu stärk. Vertraue auf Deutschland. Vertraue von Franz! Kerz, los geht's! Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Was passiert mit denen? Sie kriegen das, was sie verdienen. Scheiß Feiglinge. Gemeinsam sind wir stärker, vergessen Sie das nicht. Anton 1, drücken Sie umgehen zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1, dann Oberkommando, gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Auf geht's! Jawohl, Kommandant. Kerz, nach rechts. Wir müssen Sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu leeren, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Wir sind bereit. Das sind unsere Leute da drüben. Wir müssen Ihnen helfen. Fenster im Auge behalten. Feigliche Infanterie vor uns. MG Feuer eröffnet. Hier können wir durch. Stationfuhr raus. Hallemann bereit halten. Bereich gesichert. Anton 1, dann Oberkommando. Schienen sind frei von Falten. Gute Arbeit, Anton 1. Wir rutschen gegen einen Tiger, haben Sie keine Chance. Rücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Hintergrund. Auf zur Hauptstraße, Kerz. Jawohl. Panzer zerstört. Gute Arbeit. Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen alle amerikanischen Truppen ausschalten. Vorrücken und Verteidigungen zerstören. Bestell sich dein Nachbar. Schatten. Doch, eine Treffe überleben wir nicht. Tun Sie, wofür Sie aufgebildet wurden. Scheiße. Die Panzer ungebracht. Wie kommen Sie voran, Kerz? Ich hasse nicht. Stefan ist startklar. Sie fliegt. Sie haben wohl schon einen Tiger gesehen, hä? Arzellerie. Anton 1. Feindliche Arzellerie aus dem Hauptplatz. Sofort vor Rücken und zerstören. Befehl bestätigen, Hartmann. Jawohl. Oberkommando hier, Anton 1. Befehl bestätigt. Rücken jetzt zum Ziel vor. Okay. 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 Da ist die Artillerie. Wir haben hier eine Menge Gegner, Kommandant. Gnade ist Schwäche. Ich werde meine Mutter stolz machen. Artilleriestellung zerstört. Jetzt die andere. Das war die letzte Artilleriestellung. Das Ziel ist erledigt. Sie sind getroffen. Fahren aber noch. Anton 1. Einzige Panzertivision versucht, den Platz zu umstellen. Sofort angreifen und abnehmen. Mein Gott. Das ist eine Falle. Mein Gott. Schnauze, Hartmann. Kerz. Fahren Sie von Deckung zu Deckung. Schröder. Hartmann. Ich will, dass jeder Schuss sitzt. Boah. Das hier gefällt mir gar nicht. Was ist das? Keine Ahnung. Soll ich hier in die Luft gehalten, Kommandant? Wir leiten Schaden. Wir leiten Schaden. Der macht kein Luft mehr. Was war das? Das war der letzte. Sie haben es geschafft! Mein Gott, ich kann nicht. Das war verdammt knapp. An alle Feindereinheiten, rücken Sie zum Sammelpunkt vor. Attackieren Sie alle feindlichen Einheiten und jagen Sie die Angreifer aus der Stadt. Kerz, bringen Sie uns zu dieser Position. Ja, Kommandant. Ja, komm. Ja,hmisch! Immer mit der Ruhe, Katz. Das ist ein Hinterhalt. Schröder! Die Fassel sind verrückt. Die haben keine Chance gegen Tiger. Gerz, bringen Sie uns zur Brücke. Was? Was sagt ihr da? Seid ihr verrückt? Wir dürfen den Angriff nicht abbrechen. Das ist Selbstmord. Wir werden alle draufgehen. Seht ihr das denn nicht? Wir werden hier nur sterben. Das sind einfach zu viele. Beruhig dich, Mann. Hey Gott, nochmal. Ruhe! Alle! Halten Sie den Mund. Wir sind gleich an der Brücke. Machen wir einfach unsere Arbeit. Wir sind nicht. 12 Rohr! Bestellen Sie die Fresse! Das Ziel ist erledigt! Feindliche Panzer! Wie viele Panzer haben Sie wohl? Ganz ruhig! Wir schaffen das! Sollen Sie nur noch! Verdammt! Der Fall! Aber die Panzer sind angehalten! Sie dürfen nicht zurückschießen! Der macht kein Luft mehr! Sie werden es nicht schaffen! So schnell es geht! Komm schon! Stell an! Reiß dich zusammen! Einsatz bereit! Bestätigter Treffer! Sie sind die anderen Panzer! Jetzt sind wir auf uns gestellt! Herz! Wir rücken vor! Fahren wir! Ich bin da! Ich bin da! Kommandant, roter Rauch! Auf Schäden überprüfen. Jawohl! Statusbericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann! Auf und zur Hölle, reden Sie da, der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Ruhe Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh ja, Gott noch mal! Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich, ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh eingeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, noch mal Müller, nein! Der Mann ist nicht in der Verfassung! Bitte, Peter. Ich kann wirklich... Haus aus dem Panzer, Hartmann! Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier. Und das gilt für jeden hier. Bes Konstantin. McCann. Schuss. Er ist mutig. Wo ist der Hauptmann? Durch der hin. Der desertiert. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe. Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Katz. Bring uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Raus, los! Die Stadion wird auch auf 10 Uhr rausgefallen. Die Stadion wird zum Beispiel manipulate. Das war's. Volltreffer! Der macht keinen Lust mehr! Was zur Hölle? Treffer! Aber die Pannen sind auch ganz gehalten! Noch ein Treffer und das war's! Suchen Sie uns Deckung! Schnell! Strengen Sie sich gefälligst an! Ich arbeite dran! Ich denke wir sind starten da! Aufwarten! Nein! Wir sind alle wohl aus! Meldepolle Kampfbereitschaft, Kommandant! Warum kann er nicht einfach Ja sagen? Ja! 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 Danke! Ja! Scheiße, kommt von Stefan. Das ist jetzt echt kein guter Zeitpunkt. Können Sie es reparieren? Vielleicht. Dauert es aber eine Weile. Was ist mit dem Panzerknacker? Ach, jetzt. Bringen Sie Stefan wieder zum Laufen. Ich schlage mich zu den Flugabwehrgeschützen durch. Du bist verrückt, Peter. Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Der Geruch und Blut und Tod unterschied mich nichts von den Leichen in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose, allmächtige Maschine, sondern einfach nur ein verwundbarer Mann voller Fehler. Geist. 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 Geht her! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich denke, das war es. Untertitelung des ZDF, 2020 Sie sind getroffen, fahren aber doch! Direkt ins Ziel! Alles erledigt! Stefan ist kampfbereit, aber das Funkgerät hat den Kreislauf gegeben. Fürs Erste kommen wir auch ohne zurecht. Bringen Sie uns zur vorgeschohlenen Basis. Wir haben noch was zu erledigen. Das ist die Basis. Was jetzt? Geben Sie mir Deckung, wenn möglich. Ich suche die Dokumente. Was? 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 Over here! Erledigt. 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 Bringen Sie uns zur Kathedrale, Kerz. Irgendwelche Befehle, Kommandant? Scherz! Vorrücken und angreifen! Erwischen! Treffer bestätigt! Peter, wenn Sie so weitermachen, haben wir ein Problem. Ich bin derzeit. Komm schon! Komm schon! Guter Schutz! Alles fertig! Schwer! UNTERTITELUNG 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 Hartmann? Dieser Idiot! Halten Sie den Mund! Er hat seine Pflicht getan, wie befohlen. Seine Pflicht? Nein, er war ein Verräter. War einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Wo sind die? Wo sind die Verteidigungsstellungen? Kommandant, was ist hier los? Ich werde es herausfinden. Sie reißen sich zusammen, Schröder. Oh mein Gott. Es geht alles den Bach runter. Mensch, Peter, was machen wir denn jetzt? Wo ist jetzt die große Verteidigung? Hier sollte sie doch sein! Wir sind allein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken und die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung, Achtung! Alle Truppen, die den Fluss noch nicht überquert haben, müssen den Rückzug mit allen Mitteln sichern. Lassen Sie niemanden auf die Brücke! All your forces! The cathedral is surrounded! Lower your weapon! You cannot win their fight! Für Deutschland! Wir sind hier, um Deutschland zu verteidigen! Feuer! 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 Verflucht! Sind Sie verrückt? Peter, schnell! Zurück in den Panther! Ruhe! Alle! In Bewegung bleiben oder Deckung suchen! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Volltreffer! Aber die Panzerung hat gehalten! Peter! Wir sind in der Unterzahl! Wir können nicht gewinnen! Halt's Maul, Verräter! Wir dürfen uns nicht ergeben! Wir müssen kämpfen! Das Ziel ist erledigt! Da sind noch mehr! Durchhalten! Das Ziel ist erledigt! Das Ziel ist erledigt! 12 Uhr! Vorruf! Volltreffer! Mach irgendwas, Peter! Unter der Lenkung fällt gleich aus! Der macht keinen Luft mehr! So schnell es geht! Ich hab's gleich! Ich denke wir sind startklar! Feindliche Panzer nähern sich! Ziel getrunken! Guter Schuss! Verdammt! Stimmengewirr! Stimmengewirr! Sie finden sich die B-1st. Sehr gut! Guter Schuss! Sie finden sich oft in der Regel aus! Sie versuchen, sie nutzen zu, um auf die Stärken teilen. Das geht nicht! Wie kommen Sie voran, Kertz? Komm schon! Komm schon! Wie geht's, Stefan? Stefan, geht gut! Alle Stationen überprüfen und reparieren! Schnell! Die werden sicher nochmal angreifen. Alle Mann auf ihre Positionen! Vorsicht! Atellerie! Wir haben uns markiert, den Deckung, schnell! Zur Brücke, los! Wir können Sie nicht mehr aufhalten! Wir können Sie nicht mehr aufhalten! Wir können Sie nicht mehr aufhalten! Das weißt du nicht, Kertz! Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen. Hä? Ärger doch mal. Zieh dich doch um, Peter. Gott, steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben. Es ist vorbei. Nein, Kerz. Komm. Komm, tu das nicht, Kerz. Peter, es ist vorbei. Er war ein Verräter. Kerz! Kerz! Ich weiß, er war ihr Freund. Aber er ist desertiert. Gemeinsam sind wir stärker, richtig? Die Schwachen überleben nicht. Es waren doch ihre Worte, oder? Nein, Kerz. War das nicht so? Just give up, dammit! Ich hab wieder so richtig geklaut! Sie sollen jetzt zurück in den Panzer steigen! Ja, ich bin jetzt so. Ja, ich bin jetzt weg. Ich bin jetzt nicht weg. Ich bin immer gleich ein Verräter. Ich bin jetzt aber nicht weg. Ich bin jetzt hier. Nein! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR